Herzoginkatte Herzoginkatte – Spitzenauftritt bei Galadina Herzoginkatte – Spitzenauftritt bei Galadina. Schwangerekatte präsentierte sich bei Galadina in London im schwarzen Spitzenkleid. In einem bodenlangen, schwarzen Kleid von der Sinnerin Diana Furstenberg mit Spitzenämeln präsentierte sich die Schwangerekatte bei einem Galadina des Anna-Freud-Zentrums in London am Dienstagabend. Sie versteckt ihr Bäuchlein – der dunkle Stoff kaschierte den Babybauch, der nur von der Seite zu sehen war. Die anwesenden Fotografen waren aber natürlich ganz erpicht darauf, ein Bild von Kattes Babykugel zu ergattern – vor allem, der gemunkelt wird, dass Will und Katte diesmal Zwillinge erwarten sollen dazu mehr. Nachdem sie sich zu Beginn ihrer Schwangerschaft wegen starker Übelkeit zurückgezogen hatte, nimmt Kattes seit Mitte Oktober wieder an öffentlichen Terminen teil. Der Nachwuchs soll laut Palast im April 2018 zur Welt kommen. Weitere Fotos, melden Sie den Kommentar dem Seitenbetreiber. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Kommentar als unangemessen melden möchten? Abbrechen ja, kennzeichnen Sie diesen Kommentar. Aufmerksam – aufmerksam. Die ganze Spieluil uns aufmerksam. Die ganze Spieluil uns aufmerksam. Bis zum nächsten Mal.